Krass! Für diesen Schwangerschaftslook hat Herzogin Mergen ganz schön tief in die Tasche gegriffen. Dass sich Herzogin Mergen gerne in teure Designerroben wirft, ist definitiv nichts Neues. Schon vor ihrer Schwangerschaft war die Beauty dabei zu beobachten. Wie sie sich mit einer Vielzahl von teuren Fummeln in der Öffentlichkeit präsentierte. Ihr neuster Schwangerschaftslook stellt dies jedoch in den Schatten, zumindest preislich. Herzogin Mergen trägt Umstandsmodde für 4000 Euro. Momentan befinden sich Herzogin Mergen und Prinz Harry auf Auslandreise in Marokko. Dass dabei vor allem alle Augen auf die Herzogin gerichtet sind, ist kaum verwunderlich. Schließlich ist die Beauty bereits im siebten Monat schwanger und kann allen Royalisten einen XXL Babybauch präsentieren. Doch nicht nur Mergens Babykugel steht im Fokus der Berichterstattung. Auch ihr Look sorgt für mächtig Aufsehen. Der Grund, bei einem Besuch des Königs von Marokko entschied sich Meghan für eine Traumrobe von Carolina Herrera, welche stolze 4000 Euro kostet. Unter die Kategorie Schnäppchen fällt dieser Preis jedenfalls nicht. Herzogin Kati ist sparsam. Auch wenn Herzogin Kati meist in Designerkleidung zu sehen ist, scheint die schöne Frau von Prinz William sparsamer zu sein, als ihre Schwägerin. So war Kati bereits des öfteren in Kleider von Sarah und Co. Zu bewundern und legte auch damit einen absoluten Wow-Auftritt hin. Ob Meghan nach der Geburt ihres Babys wohl auch einen Royalen Kleidersparkurs fahren wird? Wir können gespannt sein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!